willkommen zurück beim terrenkonflikt ich bin hier steht es tränen der enttäuschung wie heißt das ding dritter lösung hallo ihr habt ihr aber nichts zu suchen freunde raketeneinkäufer ist angekommen ach richtig du bist auf dem zweiten schwänzrakete ja richtig du bist da richtig aber um dich kümmere ich mich später ich kümmere mich erst mal genau um die harry damit die nicht meine todesklaue umliegt pirat elite so ja wie nah muss ich jetzt daran zum scannen ich habe einen scanner glaube ich gar nicht an bord ziel ist nun in feuerreich aufgeschaltet im namen des priesten das kann es aufgeben dass ich nicht lachen was er lacht ja war meine lese immer wird umher schießen hey wo seid ihr alle hin ach das war es schon dachte wir mehr gewesen dachte wir mehr gewesen na gut so ist aber keiner ausgestiegen ist aber verkaufen kann ich den doch eigentlich auch ich habe satelliten hier ja da kann ich nach hause fliegen so 500 trantor da da kann ich nach hause fliegen auftanken oder kann ich endlich den fach trainieren wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiiere sprung wollte ja endlich zur flammenschleuderschmiede fliegen und erz rüber bringen ok erreiche system tranntor so kontrollzentrum alpha ist denn der frachter hier nein ich bin hier ein frachter Da, Hermes. Wie viel Frachtraum hast du? Tausend? Ach nee, stimmt, das war ja der Passagier. Fritze. Laufbursche, was machst du gerade? Hast nichts zu tun. Ja, das freut mich aber, Laufbursche. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Was hast du denn jetzt eigentlich geladen, alles? Gar nichts. Gut. Aber du bist ausgerüstet. Ja. Alles klar, um den kümmere ich mich. So. Wo bist du, mein Freund? Mistral, Superfrachter. Da ist er. Gut. Wie weit bist du weg? 31 Kilometer. Na, dann kann ich doch mal noch mal ganz schnell gucken. So, was haben wir gesagt? Lulu. Äh, Flammenschleuderschmiede. Erz- und Energiezellen. Ach so, 5 Kilometer muss ich hier an. Ich hätte nämlich gleich übernehmen, weil ich glaube, wenn ich rüberspringe, ans Südtor, und dann an die Fabrik, dass das schneller geht. Apropos schneller, Geht hast du eigentlich ein Landekomputer drin? Ja. Mistral. Universum-Sendler. Mistral. Superfrachter. Noch Universum-Sendler. Superfrachter. Euch geht es hier richtig gut, wa? Verdient schön brav Geld, denn ich habe nur 106 Millionen. Schwupp. Kommando, Kommando-Konsole, Navigation, docke mal bitte an, an der Fabrik. Oh, warte. Warte, du rennst doch wieder. Wo bist du jetzt hin, Springlossom? Mist. Ich will nicht, dass er sich jetzt nicht, dass er sich jetzt nicht hier wieder reinrammt. So wie mein schöner C für. So. Das heißt, du dockst mal da draußen an, und ich docke hier an. Und jetzt haben wir wieder ein Problem. Oh, schneller ist der nicht. Oh. Es hätte ein anderer Frachter nehmen sollen. Oh, Mann. Wie jetzt? Du wirst nicht angegriffen. Hier sind noch keine Roten drin. Ach, der hat wahrscheinlich vom Mars her. Genau. Nicht genug Waffen. Na, schnarch. Warte mal. Dann kann ich doch noch mal gucken in, äh, dritter Erlösung. Wie weit ist die Todesklaue? Die ist gleich zu Hause. Okay. Dann krieg ich noch mal 100.000 mehr. Ach so, das waren die Meintesraketen, die da rumlangen. Kontrollzentrum, Alpha. Und, bing, bing. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Genau. Ich hätte jetzt von dir gerne. Ach, du hast ja schon Erze an Bord. Erz. Transferiert. Eingehende Nachricht. So viel brauchst du nicht. So viel kannst du da nicht verkaufen. Energiezellen. Alles klar? Raumsprit. Ähm. Split-Feuer-Wasser. Da haben wir eine Brennerei. Und die hat 600 Raum, 860 Raumsprit. Hey, liebe Pirat, warum kauft ihr den nicht? Hehehe. So, No Tor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Initiere Sprung. Initiere Sprung. Gut. Erreiche System. Split-Feuer. Split-Feuer. Feuer-Wasser. Eingehende Nachricht. Alles klar, danke. 4 und... Und... Undock erlaubt. Autopilot deaktiviert. Noch nicht. Jetzt. Undock Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Raumsprit transferiert. Danke. Ja, die Piraten haben wahrscheinlich keinen Bock mehr auf mich. Oh, warte mal. Stationseinstellungen. Andere Völker dürfen hier kaufen. Ja. Muss ich die Piraten hier wieder auf freundlich stellen? Sind sie doch. Jakis sind Freunde? Oh. Tut mir leid, liebe Piraten, dass ihr hier nicht kaufen durftet. In dieser Station dürft ihr kaufen. So. Und jetzt fliege ich nach Lulu. Nord-Tor. Wo sag ich das Ost-Tor? Schade, ich kann hier nicht rüber. Ne. So weit außen, da kann ich hier nicht ranfliegen. Okay, dann bleibe ich beim Nord-Tor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Oh, da fällt mir ein, wenn meine Springblossom gerade, ähm... Erreiche System. Luhmangstratz vermächtest. An den Außenposten ist. Ähm... Dann kannst du doch... Trantor, oh, das Außenposten, gelandete Schiffe. Dann kannst du doch die beiden, ähm... Erschütten... Nein. Wo sind die Flammen... Flammschleudern? Nein. Plasma-Stromgeneratoren. Genau. Da. Plasma-Stromgenerator. Ich habe immer gedacht, das wäre so eine Art bessere Flammschleuder. Ah, die hat ja nun wohl, das sehe ich ja da oben. 700 Meter. 109, 427. Was macht die Flammschleuder? Fünf Kilometer. Ja gut. Äh... Umsonst gefreut. Flammenschleuderschmiede Alpha. Da will ich hin. Oh, Raussport ist ja voll. Piep. Nein, kein Piep. Kein Ziel. Genau. Fang jetzt ja nicht an, hier rumzuschießen, Mars. Das würde ich mir nicht verzeihen. Oh, äh, 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 äh. Nova. Brigantine. Ziel aufgeschaltet. Nein. Warnung. Energielevel niedrig. Warnung. Energielevel niedrig. Sprungantrieb wird geladen. Ihr Idioten. Alarm. 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 Rakete im Anflug. Ihr Idioten. Dummes Maß. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz, oder? Erreiche System. Gunniss Kreuzzug. Notsignal von Gunniss Kreuzzug. Oh, hallo. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Oh, dieses, dieses dämliche Maß. Ich bin ganz friedlicher Händler hier. Oh. Gut, Thema erledigt. Da brauche ich mich jetzt so schnell nicht blicken lassen. Äh. Ja, äh, da brauche ich jetzt. Da bin ich gar nicht rein. Die sind jetzt aufgescheucht. 20. Ich habe so rein. Viel weg sofort wieder verschossen. 50. 50. 60. 70. 80. 90. Initiere Sprung. Und ich bin nur noch 68 schnell. Erreiche System. Trantor. Das ist wieder. Ja, gut. Nicht mal friedlich handeln darf man hier. Und ich wollte die eigentlich noch fragen, äh, was das mit dem Bauauftrag ist. Wobei, die Bauauftrag könnte ich holen mit der Spring. Du hast unbedingt ja schnell genug. Ach, so ein Mist. So ein Mist. Ja, Lulu kann ich mich erst wieder blicken lassen, wenn sie sich beruhigt haben. Wie weit bin ich denn noch weg? Shift D. Undock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Gelandete Schiffe. Spring Blossom. Schiff wechseln. So. Und, ah nee. Gelandete Schiffe. Laufbursche. Da. Erweiterte Optionen. Waren Austausch. Du bekommst von mir. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. Genau. Und jetzt. Kommando. Kommando Konsolen. Navigation. Fliege mal bitte zu Position. Ähm, ganz in der Nähe. Mars, hast du ja. Kommando akzeptiert. Und lass ich reparieren. So. Und ich docke ab. Und frage mal die in Lulu. Spielst du die Bauauftakt? Was geladen? 10%. 20. 30. 40. 50%. 60. 70. 80. 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Lumanstrats Vermächtnis. So. Flammenschleuderschmiede. Alpha. Und 25 Kilometer. Ja. Sie sprechen mit dem Auto. Benötigen Sie das T-Laden. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Eventuell werden Sie es ein wenig schwierig finden. Split-Satellitenfertigung? Gibt es ein für Sie profitables Angebot? Split-Satellitenfertigung, sagst du? Split. Und was? Split. 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 900.000? Und was kriegst du? 5 Millionen. 5 Millionen. In Lumans. Mach ich's? Mach ich's? Ja. Mach ich. Das sind 4 Millionen. Na ja, 3,5. Okay. So. Ich darf nicht vergessen zurückzuschalten wieder. So. Seht ihr jetzt für den Rest der Folge? Ähm. Wo muss ich hin? Familienstolz. Galaxiekarte. Äh. Hab ich gesagt. Ne, nicht Trantor. Argon Prime. Argon Prime. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Spring und fliege zu Station. Family Stolz. Anu. War hier nicht Familienstolz irgendwo? Turux Stolz. Das ist doch Familienstolz. Seid doch. Undock Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Au. Was wollte ich mit dir machen? Eingehende Nachricht. Merkur. Super Frachter. Ach ja, richtig. Du warst wie zu klein. Und zu langsam. Ja. Der kann weg. Schiff verkaufen. Tschüss. Todesklaue. Info. Ah, sie arbeiten. sehr gut. Aber es lohnt jetzt nicht, hier auf die Orca zu warten. Das heißt, ich werde zurückkehren müssen. Na gut. Na gut. Au. Ich bin ja schon weit außerhalb von Gut und Böse. Ja gut. Da komme ich später wieder. Äh, warte mal. Richtig. Ich kann hier noch nach Heimat. Das Tralala fliegen. Und mal gucken, was die von mir wollen. Die hatten noch letztens, äh, wieder gestimmt. Sie hatten Termin für mich. 30, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, iniziere Sprung. Ich will mein M2 haben. Erreiche System. Heimat des Lichts. Ah, Kampfauftrag. Terracorp Hauptquartier. Ah, Kampfauftrag. Da würde ich mich gerne vordrücken. Bis ich ein M2 habe. Säuerei. Sie sprechen mit dem Auto. Du wollens da sein, Agass. Ich wollen. Ich, ich nicht haben Sojabohnen. Tut mir leid. Sie sprechen mit dem. Was wollen Sie gerade noch nicht? Das ist es, was wir benötigen. In Anbetracht Ihrer großen Fertigkeiten. Für dieser Auftrag keine Schwierigkeit darstellen. Ja, ist aber auch kein Verdiens. Laut interessiert. Äh, Anbetracht meiner großen Fähigkeiten ist das hier aber keine angemessene Bezahlung, mein Freund. Ja. So. Gut. Thema erledigt. Ja, dann muss ich jetzt auf meine Orca warten. Schade. Dann würde ich sagen, kehre ich nach Hause zurück. Tanke endlich auf. Eingehende Nachricht. Laufbursche. Bist du fertig? Ja. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ist schon da. Handel. Satellitenfertigung. Satellitenfertigung. Gekau. Gut. Ah, ich komme nicht mehr nach Lulu. Sprungantrieb wird geladen. Ich habe nur noch 142. Ich komme gar nicht mehr nach Lulu. 20, 30, 40, 50, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Na gut. Dann werde ich die Station beim nächsten Mal aufbauen. Erreiche System Trantor. So. Ja, und dann mal zusehen, dass ich irgendwie den Frachter heile dahin kriege, dass der wieder Dings produziert. Flammenschleuer. Kontrollzentrum. Alpha. Ich werde mal nichts mehr noch einen Versuch machen. Vielleicht haben sie sich ja beruhigt. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und genießt den Tag. See you later. Undock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.